Partizipative Reha bedeutet, die Reha selbst mitzugestalten. Das heißt, der Patient stellt sich Schulter an Schulter mit dem Arzt, um die Reha nach seinen persönlichen Bedürfnissen zu planen. Und das gilt für alle Bereiche, sowohl für psychologische Themen, für ernährungsspezifische Themen, aber auch natürlich für das Thema Bewegung. Im Thema Bewegung kann man sich das so vorstellen, dass der Patient einfach selber mit entscheidet, ob er jetzt zum Nordic Walking geht, zum Schneeschuhwandern, Spaziergänge nur macht oder vielleicht sogar längere Wanderungen.